All das hinter mir sind super schöne Autos, die ihr haben könnt, aber heute geht es um unser neues Rubbeltürchen im Rahmen der Pössl Group Days. Was ist sechs Meter lang, hat eine Dieselheizung, sieht super cool aus, hat ein Querbett und ist kaum als Pössl zu erkennen? Lasst euch überraschen! Hurra, es ist ein Tubo in S Plus. Eigentlich hätte man drauf kommen können, weil es wahrscheinlich auf dem Thumbnail und in der Videobeschreibung unten drunter steht, aber trotzdem wollten wir ein bisschen den Spannungsmoment hochhalten. Und zwar wirklich, warum ist es nicht als Pössl zu erkennen? Weil es kein Dekor drauf hat, weil wir es schick gemacht haben, weil der Wagen so, finde ich, echt cool geworden ist. Mit dem weißen Dekor drauf, nicht so cool, so ohne Dekor, schwarze Schiebetürschiene und was, was wir noch nie gemacht haben vorher, was ein Versuch ist, ob das langfristig funktioniert. Der Citroen hat, guck mal, wenn du einmal rüber schwenkst, da drüben unsere beiden Roadcruiser und Trenta 640, haben die Chromkühlergrille, Grille, Grills. Wir haben ja keine Zeit, die Group Days Videos sind nur kurz. Hier ist Chrom, hier ist schwarz-matt. Mega gut, finde ich. Ansonsten haben wir 165 PS, wir haben ein Maxi-Chassis, wir haben mattschwarze Felgen, wir haben eine folierte Schiebetürschiene, wir haben unten so viel wie möglich von der Trittstufe in schwarz, wir haben keinerlei Dekor. Wir haben Fenster wegfallen lassen, damit man hinten gut quer liegen kann, haben natürlich trotzdem noch die schwarzen Fenster in den Hecktüren, haben schon eine Anhängerkupplung dran, haben Lanzarote Grau als Außenfarbe, haben ein Fenster in der Nasszelle und haben ein 6 Meter langes Auto mit einem tollen Heckstauraum und einem großen Querbett und heute fangen wir von hinten an, ein bisschen hin und her. Tür ist zu. Wenn die Tür auf ist, geht es natürlich viel besser. Zack. Unter dem großen Heckbett quer ein riesengroßer Stauraum, Platz für zwei 11-Kilo-Flaschen. Für die D-Line-Autos gibt es ja im Rahmen der Pössl Group Days das große Ausstattungspaket. Dieser Wagen hat wie gesagt schon eine Dieselheizung mit dran, er hat einen Kompressor-Kühlschrank. Von uns kriegt er durch das Group Days-Paket noch eine Solaranlage drauf, sodass man eigentlich den Platz für zwei mal elf Kilo hier hinten gar nicht braucht, sondern den sicherlich ein bisschen umfunktionieren kann. Ansonsten kriegt ihr da Kitesurf-Material, Fahrräder wollte ich gerade sagen, Klappräder zumindest und alles, was ihr ein Camping-Möbeln braucht, mit rein. Und wir schauen uns jetzt an, wie so ein Pössl-Tubin S Plus in Eleganz im Fahrzeug aussieht, was ihn besonders macht und warum er genau so für euch das richtige Fahrzeug sein könnte. Also, was bedeutet Pössl Group Days bei diesem Tubin S Plus? Wir haben ein Fahrzeug der D-Line, also ein Fahrzeug, was bei Detlefs gefertigt wird. Und für alle D-Line-Autos heißt es, ihr kriegt ein Ausstattungspaket im Wert von etwas über 3.000 Euro dazu geschenkt. Um die wichtigsten Sachen für euch mal kurz mit dazu zu nennen. Solaranlage ist mit dabei, eine komplette Absicherung mit Schlössern an allen vier Türen, zusätzlicher Einstechschutz an der Fahrradtür, die Grundausstattung, die ihr braucht mit Gasflaschen, mit Ausgleichskeilen, mit Adapterkabeln, mit Verlängerungskabeln. Und zusätzlich noch Lampen, die ist hier zum Beispiel schon eingebaut. Hier oberhalb dimmbare Fahrer- und Beifahrerseite getrennte Leselampen, weil es im Fahrerhaus eben immer ein bisschen dunkler vorne drin ist. Tubin S Plus ist ein ganz klassischer, eigentlich ist der Tubin der Dauerbrenner im Pössl-Programm. Es gab ihn früher als normalen Tubin, da hatte er hier noch einen hochgesetzten, also einen Kühlschrank und darüber einen Kleiderschrank. Der Tubin S Plus heißt, wir haben eine klassische Nasszelle, eine flache Küche und so ein bisschen den aufgeräumten, aber optisch eher offenen Grundriss mit der großen Sitzgruppe, die ihr bei 6 Meter immer habt. Und hier in dem Holzdekor Dakota, glaube ich heißt es, also einfach in so einem hellgrauen mit den weiß glänzenden Fronten und den großen Stauräumen hier schon in der Sitzgruppe. Es ist halt ein echtes 6 Meter Fahrzeug. Bei den Tubin Modellen habt ihr grundsätzlich die Wahl zwischen verschiedenen Nasszellen. Hier haben wir eine ganz klassische Nasszelle und da gehen wir jetzt mal gemeinsam rein, weil das, wir feiern immer alle so die Schwenkbäder, die Raumbäder und alles andere. Das muss man aber ganz klar sagen, ich habe neulich in einem anderen Video gesagt, jeder König braucht seinen Thron. Für mich könnte das hier ein guter Thron sein, weil man einfach dadurch, dass ich keine Schwenkwand habe, dadurch, dass ich kein Raumbad habe, einfach ich insgesamt natürlich in der Nasszelle mehr Raum habe, weil nichts für irgendwelche aufgerollten Schwenktüren oder große Schwenktüren verloren geht. Und die wenigsten von euch duschen dauerhaft in den Autos und sogar als großer, kräftiger Mensch, für mich ist oft das Duschen mit Vorhang fast besser. Weil ich, der ist schon ein bisschen anschmiegsam und nervig ist, aber ich habe halt den großen Raum. Und hier haben wir das Fenster in der Nasszelle. Das heißt, ich kann einfach den Duschschlauch nehmen, nach draußen halten und kann dann auch wunderbar draußen duschen. Also ich könnte mir vorstellen, dass das eine tolle Nasszelle ist, die für mich gut funktionieren würde. Ist ja auch nicht umsonst seit Jahrzehnten eine Nasszelle, die es bei Pössl im Programm gibt und die eigenwahrscheinlich das mit Abstand meistverkaufte Fahrzeug im Pössl-Programm der letzten Jahre ist. Kommt einfach vorbei, schaut euch das an. Wir haben alle verschiedenen Wadezimmer da und dann guckt, welcher Wagen zu euch passt. Prinzipiell haben wir bei allen 6 Meter Autos natürlich eine deutlich größere Sitzgruppe und so habt ihr auch in dem 2Bin Plus, das ist ja nicht umsonst das 6 Meter, die meistverkaufte Variante, weil es halt eine sehr gut ausgenutzte Raum ist. Also habt ihr hier einfach eine Sitzgruppe, wo man sich sowohl gut gegenüber sitzen kann, als auch einfach zu viert vielleicht mal in der Runde, wenn man unterwegs mal jemanden mit ins Auto reinnimmt. Wir haben hier den Alternativtisch mit dabei, das heißt der Teil schwenkt raus und in dem aktuellen Modell ja ist es so, dass die Tische hier ein bisschen angeschrägt sind, dass man auch wenn es gedreht ist, dass man das hier abgeschrägt hat und einfach vernünftig durchgehen kann, auch wenn die beiden Sitze in Fahrposition sind. Wenn sie nachher in Fahrposition sind, dann werdet ihr merken, ja wir haben 165 PS Wagen, wir haben klassischen Handschalter, den Cup Holder, eine Klimaautomatik und so ein bisschen Assistenzsysteme hier vorne mit drin, also ein Auto, was absolut schön und gut ausgestattet ist. So ein bisschen klassischer Fall von den Nerz nach innen tragen, von außen möglichst wenig zeigen, was man kann, was man hat und von innen dann ein vollwertiges, schönes Wohnmobil. Für wen ist das die richtige Lösung? Im Prinzip für jeden, der sagt, ich möchte ein festes Heckbett haben, was aber nicht zu schmal sein darf. Ich möchte möglichst unauffällig unterwegs sein, ich möchte adäquat motorisiert sein, ich brauche einen großen Kühlschrank und ich möchte vor allem freistehen und unabhängig sein, weil das, was ich vorhin schon mal gesagt habe, Kompressorkühlschrank, Dieselheizung, Solaranlage ist eine mega coole Kombination. Ich würde euch dann noch ans Herz legen, hier vielleicht eine schöne Batterie, ein bisschen Batteriekapazität aufzustocken, das besprechen wir dann gemeinsam und vielleicht finden wir ja dann nochmal eine Lösung, dieses Auto noch ein Quäntchen attraktiver zu gestalten, als es durch die Group Day sowieso schon ist. Klimper, klimper. So, Pössl 2Win S Plus, Kurzdurchgang. Wer mehr Fakten haben will, schaut sich einfach die anderen Videos zum 2Win S Plus an. Wer genau wissen will, wie dieses Auto ausgestattet ist, klickt unten in der Videobeschreibung auf den Link zu diesem Fahrzeug und wer sagt, super Auto, aber ich will was anderes, der guckt sich die Videos von gestern, vorgestern und vorvorgestern an oder das, was in Zukunft noch kommt. Im Rahmen der Group Days jeden Tag ein neues Video. Wir sehen uns in Kürze wieder. Ahoi, schöne Grüße aus Stove und bis bald.